Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute bin ich Teil des Booktubers, bei dem sich einige Booktuber und Booktuberinnen zusammengetan haben und euch ein bisschen die Oktober-vorweihnachtliche Halloween-Zeit zu versüßen. Und ich habe fünf Buchtipps dabei zum Gruseln, zum Wohlfühlen und ich glaube, ja, ich hoffe, ich hoffe, der ein oder andere Tipp ist für euch dabei und ihr schaut euch eins der Bücher dann vielleicht näher an oder sagt sogar, ihr kennt das ein oder andere Buch schon oder auch alle Bücher und seht es genauso, dass sie perfekt in den Spucktober passen. Ich packe die Playlist und alle Teilnehmer unten in die Infobox, schaut da super gerne vorbei, wenn ihr vielleicht irgendeinen Termin noch nicht entdeckt habt oder vielleicht auch den ein oder anderen noch nicht in der Abo-Liste, schaut da gerne vorbei. Ich packe auch die Bücher unten rein, wenn ihr da mehr Infos wollt. Und jetzt genug vorgequatscht, starten wir mit dem ersten Buch und zwar ist das Evelyn Jones und die Geister von Stormhaven von Phil Hikes. In meinem Fall ist es The Haunting of Evelyn Jones, also die englische Originalausgabe, was in dem Fall einfach daran lag, dass ich unbedingt mal wieder ein bisschen Englisch letztes Jahr lesen wollte und ich die englischen Ausgaben viel, viel, viel schöner finde als die deutschen tatsächlich. Ja, das Buch, die Reihe wird empfohlen zwischen 9 und 10 und ja, das ist auch absolut das passende Alter dafür, aber man ist auch mit etwas über 30 noch nicht so alt dafür und ich fand hier wirklich, dass die Geschichte einen ganz wunderbar gegruselt hat. Der zweite Teil ist bereits erschienen. Ich glaube, der dritte Teil erscheint jetzt auch im Englischen und ich denke dann auch, dass die deutsche Reihe weitergehen wird. Es ist ein wohlfühliger Gruselroman, der so ein bisschen durch die kindliche Geschichte, durch das ja kindliche Schauen und so ein bisschen den Grusel von früher zurückbringt. Denn natürlich ist hier drin nichts an Monstern, was mich irgendwie erschüttern würde, aber mit dem Blick von Evelyn Jones, die eben auch so 12, 13 ist, denke ich zumindest, soweit ich mich daran erinnern kann, dass sie in dem Alter war, ist das natürlich dann nochmal ein ganz anderer Blick auf die Dinge. Und wir begleiten eben Evelyn Jones im ersten Teil zu ihrer Tante, denn ihre Mutter muss zu der Oma fahren, die erkrankt ist und eben in Stormhaven angekommen. Gibt es etwas sehr, sehr Mysteriöses und gerade zur Halloween-Zeit passiert ihr so ein bisschen was. Und mir hat das super viel Spaß gemacht. Es hat mich mega gut unterhalten, es hat wohlig gegruselt, es hatte so ein bisschen diesen wunderbaren Anspannungsmoment, gerade eben, wenn wir Evelyn Jones begleiten. Ich fand auch den zweiten Teil richtig, richtig toll und ich freue mich hier auf den dritten. Zudem ist Evelyn Jones wirklich eine Protagonistin, mit der es Spaß macht, mitzugehen, Abenteuer zu bestehen und eben sie auch einfach so ein bisschen ihre Nerdigkeit zu begleiten. Und ich fand es einfach großartig. Es sind im englischen Buch, ich glaube auch in der deutschen Übersetzung, auch verschiedenen Illustrationen mit enthalten. Und das Englisch war jetzt wirklich ein sehr leichtes, angenehmes Englisch. Man merkt hier definitiv, dass das eben auch ein Kinderbuch ist. Und jeder, der sich vielleicht auch mit dem Englischen einfach das nochmal probieren möchte, kann hier, denke ich, ja auch mit ohne größte Englischen, ja ein bisschen was sollte man schon verstehen. Aber es sind keine Fachbegrifflichkeiten irgendwie enthalten, es ist wirklich ein sehr leichtes Englisch. Und das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Dann wird es etwas horrormäßiger und gruseliger mit Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Stephen King darf natürlich bei Horror und Grusel überhaupt nicht fehlen, denn ich finde schon, dass er der Meister des Horrors ist. Und mit Friedhof der Kuscheltiere bekommt er mich immer wieder. Das muss ich ehrlich sagen. Ich blende euch jetzt eine Ausgabe ein, denn ich habe meine mal wieder unten liegen lassen. Meine Stephen Kings stehen ja in der Regel alle einen Stock tiefer. und ich habe tatsächlich vergessen, ihn jetzt gestern mit hochzuholen oder auch heute Vormittag, habe ich da nicht irgendwie dran gedacht. Deswegen blende ich es euch ein, denn ich finde tatsächlich die Neuausgabe richtig, richtig schön. Ursprünglich ist die Geschichte aus 1985, wurde auch schon verfilmt. Es gibt da auch einen sehr kuriosen zweiten Teil, den sollte man sich am besten gar nicht anschauen. Es gibt aber eine Urfassung, ich glaube aus den 90ern, die ich tatsächlich gar nicht so schlecht finde für einen Horrorfilm aus den Ende 80er, Anfang 90er. Und es gibt eine Neuverfilmung, die habe ich nicht angesehen, weil man da zwei, drei Dinge im Plot komplett geändert hat, mit denen ich überhaupt nicht mitgehe und denke, nein, man muss auch nicht alles besser machen. Aber Friedhof der Kuscheltiere als Buch ist eine bombastische Geschichte, die wirklich sehr viel Gruselfaktor hat. Wir treffen Louis Creed und seine Familie. Er zieht mit Frau und zwei Kindern eher ins ländliche Ladlow und dort trennt im Grunde die Nachbarn, die hier sehr rar gesät sind, trennt eine Bundesstraße. Und ja, so kommt es eines Tages, dass der Kater Winston Churchill auf dieser Bundesstraße überfahren wird und der Nachbar von Louis Creed erzählt dann eben, ja, Louis, dass es einen Indianerfriedhof gibt. Und ja, irgendwann, ein paar Tage, Stunden später, bringt er dann die Katze dahin und irgendwann taucht Winston Churchill wieder auf. Aber wie es so ist mit wiedergekommenen Toten, sind sie doch anders, als sie noch zur Lebendigkeit waren. Und überhaupt ist das Thema Tod und wie man damit umgeht, ein sehr großes Thema im Friedhof der Kuscheltiere. Was hier wirklich für mich immer den Grusel gibt, ist tatsächlich Winston Churchill. Wie er vorher ist, wie vorher die Menschen mit ihm umgehen, wie danach der Kater ist, wie danach mit ihm umgegangen wird. Und was eben so dieser Tod mit den unterschiedlichen Familienmitgliedern macht. Also egal, ob das die beiden Kinder sind, wie die damit umgehen, wie die Frau von Louis umgeht und er, wie Familienmitglieder, Nachbarn, was alles passiert, auch mit diesem Tierfriedhof. Ich, ja, sehr einnehmende Geschichte, sehr atmosphärisch, sehr spannend, sehr gruselig und wirklich mit so das Beste an Horror gefühlt, was man wirklich irgendwie finden kann. Und es gibt wirklich den ein oder anderen Moment, wo, ja, ich wahnsinnig viel Gänsehaut habe. Und ich selbst hatte ja auch mal einen Kater, der aussah wie Winston Churchill, eine graue Britisch-Kurzhaar. Und ich muss sagen, dem Kater habe ich öfter mal sehr tief in die Augen geguckt, ob er noch der echte ist. Aber, ja, so was machen Geschichten mit einem. Dann kommen wir wieder zu etwas kindlicherem, nämlich City of Ghosts von Viktoria Schwab. Das ist Tunnel of Bones. Das ist der zweite Teil im englischen Original. Ich selbst habe aber Band 1 und 2 im Deutschen gelesen, habe mir jetzt aber diese schöne Ausgabe ertauscht, über Tauschticket. Und der dritte Teil im Deutschen ist jetzt auch schon für den Oktober angekündigt. Da könnt ihr jetzt, auch wenn das Video erscheint, schon da sein. Ist ebenfalls für Kinder so ab 10 Jahre geeignet. Und auch hier muss ich sagen, ich habe mal so im Englischen ein bisschen rumgeblättert. Ich hatte so den Eindruck, dass das tatsächlich auch ein gutes Englisch ist, wo man gut folgen kann. Ich habe hier die ersten zwei Kapitel nochmal durchgelesen. Mir hat aber hier auch wirklich einfach das Cover gefallen. Gefallen mir aber auch im Deutschen, aber ich hatte sie als E-Book und dachte, so eine kleine Highlight-Reihe, möchtest du zumindest ein Band im Regal haben. Ja, wir treffen in dieser Geschichte auf Cassidy Blake, deren Eltern ein Autoren-Duo sind, die sich mit Übernatürlichen beschäftigen. Und auch sie hat etwas Übersinnliches, denn vor knapp einem Jahr, wer sie fast ertrunken, wurde von einem Geist gerettet. Und seitdem kann sie eben, ja, den Schleier der Welt zu den Toten auch hochheben und hindurchgehen. Und im ersten Teil sind wir in Edinburgh unterwegs, im zweiten Teil in Paris. Und wie man sieht, sind wir hier eben in Paris in einem Tunnel. Denn die Eltern recherchieren beziehungsweise machen eine Fernsehshow. Und ja, Cassidy wird hier ja so ein bisschen vor die Aufgabe gestellt, zu entdecken, was es mit ihrer Kraft irgendwie auf sich hat, warum sie hier ist und dass eben nicht alle Geister so ihr Wohlgesonnen sind wie der Geist, der sie begleitet. Es war auch hier sehr gruselig durch die Kinderaugen. Es war wirklich sehr spannend. Ich fand das mit dem Übertritt in die Totenwelt, in die Geisterwelt, fand ich mega gut gemacht. Ich mochte Cassidy als Charakter. Es gibt wahnsinnig viele Anspielungen auf Harry Potter. Das hat mir als Harry Potter-Nerd einfach auch super viel Spaß gemacht. So diese feinen Einflüsse, die da reingeflossen sind, die Victoria Schwab eben dann auch dazu outen, dass sie eben Harry Potter toll findet. Das hat mir viel Spaß gemacht. Auch diese ganze Gruppendynamik mit den Eltern, mit dem Geist, dass wir hier eine Ich-Perspektive haben, dass aber dadurch, dass ihr Geist im Grunde ihre Gedanken lesen kann, haben wir eben auch immer diese Dialoge. Und das hat super viel Spaß gemacht. Es ist gruselig. Es ist spannend. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt sehr auf den dritten Teil und denke wirklich für Kinder ab 10 absolut geeignet, aber eben auch in dem Fall durchaus auch für die Älteren, die eben auch einfach noch mal sich so ein bisschen kindisch gruseln wollen und Atmosphäre erleben wollen. Das vierte Buch, was ich mitgebracht habe, ist von Anne Rice, Interview mit einem Vampir. Meine Uraltausgabe, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch so gibt. Ich glaube mittlerweile sieht die definitiv anders aus. Ist aus dem Jahr 1976 und ist mir als erstes aufgefallen, als ich damals in Anfang der 90er den Kinofilm gesehen habe mit Brad Pitt, Tom Cruise und Antonio Banderas und auch einem sehr jungen Christian Slater, den man glaube ich heute gar nicht mehr kennt. Und als ich diesen Film gesehen habe und dachte, was sind das für großartige Vampire, da muss man sagen, ich war so neun, wahrscheinlich noch keine zehn und fand großartig. War schon immer, seitdem ich Brad Pitt gefühlt in einem seiner ersten Filme sozusagen gesehen habe, war schon immer ein Brad Pitt Film. So habe ich auch diesen gesehen und ich war bestimmt noch keine 16, das muss ich ganz klar sagen. Aber ich, wie man sieht, es hat mir wahrscheinlich nicht groß geschadet. Und es waren die Vampire, die ich einfach toll fand, spannend fand, packend fand. Wir haben hier die Geschichte in diesem Buch, es gibt ja die großen Vampirchroniken von Anne Rice, die sich wirklich, ich glaube in 5, 6 oder sogar mehr Büchern um die Vampire kümmert, gerade alles so um Lestat herum, den wir auch hier kennenlernen. Aber die Geschichte wird aus Louis' Sicht erzählt, einem Mann, ich glaube Mitte 20, der Frau und Kind am Kindbett verloren hat, der auf seiner Plantage irgendwo im Süden der USA eigentlich nichts mehr zu verlieren hat, der einen Ruf nach dem Tod hat und dann trifft, im Grunde Lestat auf ihn und macht ihn zum Vampir. Und wir geleiten, ja Louis, die nächsten knapp 200 Jahre, glaube ich, sind es, durch sein Leben, durch seine Zeit, auf Begegnungen, die er trifft, auf Antworten, die er sucht, manchmal bekommt, andere Fragen sich eröffnen und immer wieder ist es die Schwermut und diese Traurigkeit, die Louis im Grunde fühlt, die auch das Vampirsein nicht überspielen können und trotz allem, was er im Grunde kann, seine Schnelligkeit und Sonstiges, kann eben nicht darüber verwinden, dass er seinem irdischen Leben, seinem sterblichen Leben irgendwie hinterherweint. und ganz besonders ist auch hier, dass ich glaube, so ziemlich das erste Mal auch erzählt wird, dass Vampire eben auch von Tierblut sich ernähren können, auch wenn ich so an ältere Vampirbücher dann denke, ist das eigentlich nie aufgetaucht, aber die Lösung hat Louis eben auch irgendwie für sich gefunden und zumindest zu Beginn und das ist eine wahnsinnige Geschichte. Das ist eine tolle, atmosphärische, sehr nah geschriebene Geschichte an Louis, der uns eben mitnimmt in diese Welt, auf diese Zeitreise sozusagen, was in den verschiedensten Städten in Paris, in New Orleans eben auch einfach passiert. Es sind Liebesgeschichten darin enthalten mit ganz unterschiedlichen Lieben und das klang jetzt irgendwie merkwürdig, aber nicht immer diese körperlichen Lieben zwischen Mann und Frau, sondern dass es eben noch viel mehr gibt wie tiefe Freundschaften, Verbundenheiten, Seelenverwandtschaften und das fand ich einfach großartig. Ich mochte das Buch wahnsinnig gerne. Ich habe das auch bestimmt schon vier, fünf Mal gelesen. Ich habe es auch im Englischen hier, habe ich es auch schon gelesen. Ich mochte auch weitere Bücher der Chroniken von Anne Rice. Ich finde es toll, dass es jetzt auch irgendwie eine Serie dazu geben wird, die diese ganzen Chroniken einfach irgendwie aufgreift und ich muss auch wirklich sagen, wie toll dieser Film ist. Der ist auch sehr gut gealtert. Ich habe den letztens erst angeguckt, so zum Einstimmen in den Oktober und ich muss wirklich sagen, großartig gemacht, richtig, richtig toll und ja, auch Brad Pitt, also der hat einfach perfekt gepasst und ich finde das Buch wirklich wahnsinnig schön. Also mir macht es super viel Spaß, es zu lesen und ich hätte auch mal wieder große Lust. Ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her, dass ich es zuletzt gelesen habe. Kann ich absolut empfehlen. Und wer sich vielleicht nicht gruseln möchte, keine düsteren Geschichten lesen möchte, aber so etwas Wohliges im Oktober haben möchte und vielleicht nur so halb spooky unterwegs sein wird, ich glaube, für den ist Harry Potter, wenn nicht schon gelesen, eine absolute Empfehlung. Hier die Gryffindor Edition vom ersten englischen Band mit rotem Buchschnitt, habe ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich glaube, ich muss zu Harry Potter gar nichts mehr sagen, zu dieser magischen Welt, die wirklich groß ist, die wunderbar pro Geschichte auch eine Geschichte erzählt, aber einen großen roten Faden bis zum Ende einfach führt, Wendungen hat, die einen überraschen, Charaktere, die einen ans Herz wachsen, die wir aber auch verlieren und auch das hier ist natürlich eher eine Kinder-Jugend-Geschichte, aber mich begleite die schon über 20 Jahre, das sind das dann schon 25 Jahre, sprechen wir nicht drüber und ich finde das immer wieder toll. Ich tauche super gerne im Herbst-Winter in diese Geschichten ein, mit dem Lesen, mit den illustrierten Ausgaben, mit den Filmen, mit den Hörbüchern. Ich bin da im Rundum-Paket versorgt und bin hier wirklich ein großer, großer Fan und glaube eben, wenn man sich vielleicht nicht gruseln möchte, aber Spannung, Atmosphäre haben möchte und eben eine magische Welt, dann ist man bei Harry Potter absolut richtig. Und ja, Harry Potter hat jetzt dann auch diesen Spooktober abgeschlossen und ich hoffe, der ein oder andere Tipp ist vielleicht für euch dabei. Vielleicht habt ihr selbst ja Buchtipps, die in irgendeine ähnliche Richtung gehen, dann schreibt sie super gerne in die Kommentare, schaut gerne in der Infobox vorbei, welche Videos schon zum Spooktober hier waren, welche noch folgen werden. Schaut da gerne auf den Kanälen auch mal vorbei und ich freue mich über eure Tipps in den Kommentaren. Danke euch jetzt fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Spooktober und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.